Hallo Leute, Orlando McFlymer wieder hier am Start. Wie wir es uns immer kennen. Baden. Wir sind am Ebertplatz. Bisschen in der Nature. Man hört auch die Flügel ganz schön zwitschern. Beim letzten Mal hatte ich hier schon ein ganz nicees Getränk. Ich denke ihr könnt euch noch erinnern. Wenn nicht, ist hier in der Infokarte verlinkt. Aber hier, ich weiß nicht genau. Heute habe ich hier ein anderes Getränk. Ich bekomme dafür kein Geld Leute. Keine Sorge, ich bin schon rich genug. Ich brauche das gar nicht. Das werde ich heute mal probieren. Fanta Socata. Ja, ich weiß auch nicht genau was das bedeutet. So, ich öffne das Ganze mal. Das riecht schon. Schon ganz nice Leute. Ich probiere es jetzt einfach holen. Das ist das Getränk. Das ist das Getränk Leute. Das ist das Getränk. Das ist das Getränk Leute. Die Elten bauen auch schon was davon. Hier seht ihr schon eine Art Zaubertrank. So ein bisschen. Vergleichbar mit Liquid Ecstasy. Kann man sich auf jeden Fall echt mal gönnen. Ja hier in Cologne. Ich denke ihr kennt die Location vielleicht. Ja Leute und ihr wisst ja. Ich wollte auch eigentlich Challenges machen. Ist da verloren gegangen leider. Ist auch im letzten Video noch zu sehen. Sehr schade leider. Also das Getränk ist auch kaputt. Ich weiß nicht genau was da passiert ist. Jedenfalls die Challenges sollen auf jeden Fall noch kommen. So wie die Bitches nicht fickeln. Ja die Sache ist. Eigentlich wollte ich noch Challenges machen. Und heute kommt auch noch was. Ich werde noch Challenges machen. Aber ich habe auch keinen ebenbürtigen Gegner gefunden. Keiner auf meinem Level. Ich muss da noch ein bisschen was finden. Ihr habt schon gute Kommentare geschrieben. Ich werde da noch mal gucken. Auch auf Twitter natürlich. Ihr könnt auch auf Twitter mir folgen. Orlando McFly auch in der Videobeschreibung verlinken. Und ja ich hoffe da kommen oft das nächste Mal so ein bisschen bessere Vorschläge. Das weiß nicht alles so gut. Da war auch so ein Scherzbold dabei. Irgendwas mit DIN 4 oder sowas. Ich weiß nicht was das bedeuten soll Junge. Ich habe Format gesagt. Also keine Ahnung was das heißen soll. Voll unwitzig der Typ. Und ja aber ihr habt schon ganz gute Vorschläge geschrieben. Auf jeden Fall. Diese eine. Ich erinnere mich nicht genau wie er hieß. Aber ist schon ganz cool die Idee. 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 Die Idee und die Idee. Dieviews healing. geschrieben oder so oder auf Twitter. Leute, schreibt Kommentare und kommentiert auf Twitter. Und Leute, ihr müsst liken und kommentieren. Und abonnieren. Und ich werde das jetzt mal ausprobieren. Hier, dieses Produkt. Du bekommst keine Werbung, kein Geld dafür. Keine Werbung oder so. Ja, und dieser Typ, der meinte auch, dass das richtig krasse ist, dass das so ein mit Challenges oder sowas. Der meinte, das ist wie eine Drug. Drugs, ihr wisst Leute, da stehe ich einfach vor. Jetzt werde ich versuchen, das zu öffnen. Ja, geht schon mal auf. So, wir haben hier diese verschiedenen Sorten. Das ist das Gleiche. Hier so was pink, richtig Homo. Ja, hier diese Sorten haben wir. Und da steht drauf Brauseepulver. Was dieses Brausee ist, weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, so eine synthetische Droge. Da bin ich schon ein Veränder von. Ähm, ich werde mir dieses Brausee mal gönnen. Mal gucken, diese Farben fingen richtig Homo, Alter. Ich werde als erstes weggegangen. Scheiße, was ist das denn? Was ist denn hier passiert? Was hier passiert ist, habe ich gefragt. Das ist, boah, sieht aber schon aus wie eine Droge. Weh, yo, weh, yo. Ich fliege. Jetzt wird die Scheiße mal probiert. Ich weiß nicht genau, wie man das einnimmt. Ich denke mal, internasal. Das heißt, ich nehme so ein bisschen viel, glaube ich. Ist auch ganz schön günstig für so eine Droge. Was ist das? Ist das ekelhaft? Boah, ich sterbe. Was ist das denn für die Droge, Junge? Voll geil, Alter. Noch mehr? Viel mehr. Noch mehr. Boah, das ist voll weh. Boah, das ist voll weh. So. Boah, das war einfach ein kurzer Kick. Ich merke jetzt nichts mehr. Boah, vielleicht setzt die Wirkung auch jetzt später ein. Vielleicht erst mal eine Line da raufziehen. Weh, yo. Boah. Aber jetzt wird erst mal das hier. Gönnen. Das ist Brausee. Ganz cool. Jetzt nichts, was ich mir öfter gönnen würde, so wie Heroin oder so was oder Kokain. Aber, kann man ab und zu mal machen. Ja, gönnt euch. So, jetzt nehme ich mal hier dieses Pinkel. Das hier in mein Gerolsteiner Wasser rein. Keine, keine bezahlte Promotion. Keine Sorge. Boah, sieht aus wie das Glück in Pulverform. Bis hier ganz schön. Mehr, oder? Ja, mehr davon. Geht hier noch so ein bisschen, Chris? Brausee. Hier noch eine Brausee. Einfach mal ausprobieren. Diesmal langsam auseinander machen. Nehmt euch das zu Herzen. Ja, da stehen auch so Empfehlungen drauf. Den werde ich aber nicht nachgeben. Das ist ja nur, damit ihr das unter dem Denkmantel verkaufen könnt. Wie bei Badesalz so ähnlich. Auch kein Badesalz, lass dich nicht verarschen. Bei Krokodil. Glaubt ihr echt, da sind Krokodile drin? Werde verrückt, Alter. So, mehr von dem Scheiß. Da rein. Soll die Tüte auch mit rein? Himmel? Nein? Ich hole mir jetzt nicht ganz was. Boah, sieht aus. Und riecht auch. Richtig. Okay. Okay. So. Jetzt kann es schäumen noch ein bisschen. Ich kann es noch mal ein bisschen so ummixen. Lass es ein bisschen aufhören zu schäumen. So, jetzt sollte es aufhören glaube ich. Ja. Geht so. Okay. Jetzt werde ich es mal probieren. Okay. Jetzt werde ich es mal probieren. Ich fliege im Himmel. Juuuuck. Boah, dieses pinke Glück. Habe mich in den Himmel gehoben. Ich bin vielleicht so wie Adler. Schisch. Schisch. Jo Leute. Oleino McFly. Wir haben Start mal. Und. Leute. Dieser Alien Tender. Kriegt nur bei Typen einen Ständer. Alien Tender. Hiermit fordere ich dich heraus. Komm nach Köln an den Hauptbahnhof. Nächsten Samstag um 12 Uhr. Jungen. Ich werde dich herausfordern. Wenn du nicht da bist bist du eine Prosti. Okay. So viel zu Alien. Also jo Leute. Das war's jetzt erstmal von diesem Alien Tender. Aber noch was. Ich probier nochmal diese Pause. Ihr seid ja schon irgendwie ganz umgekickt. So. Dieser. Dieser Seikido. Hat mir das empfohlen. Und äh. Ich gab mir jetzt nochmal so'n. So'n Kick davon. Der ist einfach auf den Nahten. Äh, auf den Finger. Hier. Du kannst hier mal fixieren. Ich kann hier mal fixieren. Und dann. Soll ich dir sagen. Ach, die Nase. Och. Och. Och, das ist echt weh man. Och. Och. Och, Jukie. Och och. Och. Och, wo. Och. 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 Och, das ist so meh. Och. Och. Boah, die Drohne. Boah, der hat einen ganzen Felsen. Danke, Saikidung, für deine Texte. Was? Boah, yo! Boah, yo! Boah, yo!